Ba, 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 ba und damit zurück in Battlefield 1942 Kein Bock mehr Gut, wir sind jetzt hier zurück in Battlefield 1942 Ja, jetzt werden wir mal Stalingrad ein bisschen aufmischen Ja, das ist ja auch die Habe, wo wir als Deutsche dann endgültig mal auf die Schnauze bekommen haben Damals so, da ist die Wolga Ölport, Ölport, interessant Hier haben wir einen ausgebombten Hafen Und hier haben wir den Bahnhof Da sind wir, da ist ein deutsches Haku, die Eisenbahn, sowjetisches Haku Die Deutschen werden Stalingrad nicht einnehmen Halten sie mindestens die Hälfte der Außenposten und behindern sie den gegnerischen Sieg Ja, das werden wir hinbekommen Ja, das war auch irgendwie doof darauf zu marschieren Und wir haben auch einen Bahnhof West Aber wie gesagt, der einzigste Sinn Stalingrad einzunehmen War damals einfach, weil man Stalin demütigen wollte Ja, so Ich darf nicht spawnen Interessant Äh, ich weiß jetzt nicht Ja, wir nehmen es einfach mal hier die MP Mir interessiert mich jetzt mal welche MP man jetzt als Sowjet hat Wenn man jetzt die japanische MP28 oder MP18 oder was auch immer das da ist hat Ja, dann set life Aber, ähm Wir gehen mal als sowjetischer Medik rein ins Ganze Ja, wir haben die japanische MP Oder das, was die Japaner auch haben Gut, so, los geht's Wir müssen jetzt erstmal Oha, Digga Die Sprinten los Das sowjetische Haku einnehmen Dann, äh Sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus Genossen Schön mit dem Bis zum T34 oder bis zum KV Ich bin mir nicht sicher So, ach komm mal den Bahnhof haben wir auch schon mal easy Dann hat der Do- Ja, genau Dann wird das jetzt ja sehr lustig Weil der Deutsche Wir jetzt mit dem Deutschen auf sehr engen Raum battlen werden Ja, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Da hinten So, dann haben wir das schon mal Lad die Pimpe durch Und hopp Wie gesagt, wir können das Ganze auch später nochmal gucken, ähm Wie sich die Missionen verhalten Also das werde ich aber nur überflächlich mal versuchen Zu gucken, weil, äh Es ist ja nun mal eben so Woah Das, äh In den vor In den moderneren Versionen vom Game Ähm Ja, was, da, 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 da Das war doch jetzt wohl hier Betrug Äh, das in den moderneren Versionen vom Battle Street 1942 glaube ich ein anderes Waffenequipment da irgendwie reingerutscht ist, aber es kann auch sein, dass die Russen auch in jeder Version das hatten Äh, deswegen, äh, hopp Hopp Ja, wir haben es ja gleich, wir haben es doch gleich Meine Güte, regen Sie sich bitte ab Ich kümmere mich um so alles Ich kümmere mich um so alles Fressbleu von eurem eigenen Maschinengewehr Okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig Ähm, ich habe keine Handgranaten mehr Na, den kriege ich ja nicht kaputt Was ist das? Mist Ah So, jetzt habe ich eine Handgranate Die könnte jetzt dem Panzer irgendwie ein bisschen gefährlich werden Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob die da überhaupt was anrichten werden Ja, friss erstmal meine Handgranaten, du Arschloch Komm schon, mach den Panzer kaputt Nein, es reicht immer alles nicht Das ist mein altes Equipment oder was Er ist kaputt, gut, das geht auch So, geht das auch Ja, ja, wir werden euch besiegen Es wird zwar ein kurzer Kampf werden um Stalingrad Aber ihr, fressblei Ah Bang Basen Lad die Pimpel nach Wo sind sie? Ich höre die Schüsse Da Scheiße Ach Gott Das sind aber ein paar zu viele Nehmen wir mal die K98 Oder die Mosin Ich weiß nicht, ob wir eine Mosin haben Aber Wenn es mir gelingt Da Eine Haftladung reinzuwerfen Alter Verwalter Dann ist aber Äh Holla die Not Du fußt mir ja nichts, ne Du fußt mir ja nichts, ne Ach Lars 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 Heil dich Scheiße APC Scheiße 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 Ihr bekommt Stalingrad nicht Aaaaaah Wie sieht es mit dem APC aus? Okay, der zieht sich zurück, der zieht sich zurück Crepiert 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 Einfach Crepiert Crepiert Oh nein Scheiße Warum kommt hier aus allen Richtungen immer ein Panzer Das kann doch nicht wahr sein Oh fuck Das ist schon krasses KI-Raping im Sport Nein Oh Gott, oh Gott Wie ist jetzt die Wunde eigentlich ausgelaufen? 45,2 oder was? Ach Gott Ja Stalingrad Das war ja ein unglaublicher Sieg Das ist ein unglaubliches sieben Minuten Video geworden Aber hey LMAIN als nächstes Ach du Scheiße Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Oh Gott Das war ja Das war ja ein Sieg auf großen Sieg Ach du Kacke ey Zwei Fahrzeuge zerstört habe ich gar nicht bekommen Da Hell Tja Tja Fx rated observe und Tja H